Im Vortrag von Herrn Psaridis hat mich sehr gut gefallen, dass er die Lebenserfahrungen mit den konkreten Zielen, die Formulierung, auch verdeutlicht hat. Das heisst, dass man, egal welches Ziel man hat, es ins Auge fasst, terminiert und dann auch erreichen kann. Es war nicht irgendwie Blabla, sondern ein Mann, ein Mann, ein Wort. Egal was ist, Tiefen kann es geben, steh auf und mach weiter. Tu den ersten Schritt, der Rest kommt von allein. Ich beschreibe es nur mit einem, einzigartig.